Metabo hat eigentlich das rundeste System, weil diese Akkus eigentlich in jede Maschine oder Akkumaschine passen. Und ich habe unheimlich viele Möglichkeiten mit einem Akku mehrere Werkzeuge zu bedienen. Und ich weiß, dass Metabo für den Garten-Landschaftsbau der Partner ist mit dem Komplettangebot, um eigentlich alles, was handbetriebene Geräte angeht, abzudecken. Wir haben ja ständig die Akkugeräte von Metabo im Einsatz. Der Riesenvorteil von den Akkugeräten ist eigentlich ganz simpel. Man spart sich jedes Mal die Kabeltrommel. Es gibt Baustellen, auf denen man Minimum zwei, drei Kabeltrommeln ziehen muss. Und noch dazu, man weiß ja nie, wo der Stromanschluss liegt. In dem Fall Akkugeräte draus benutzen. Mehr darf man nicht dazu sagen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020